Innovative Sprühtechnik für mehr Convenience mit dem variablen Sprühkopf von Motip Dupli. Damit erreichen Sie ein Sprühbild wie mit einer Lackierpistole. Im Innenleben des Flexjet, so heißt der variable Sprühkopf von Motip Dupli, wird die ausgeklügelte Technik sichtbar. Variabel ist der Sprühkopf in zwei Dimensionen, Sprühstrahlrichtung und Sprühstrahlbreite. Die Richtung kann über die Farbaustrittsdüse horizontal oder vertikal bestimmt werden. Steht die Düse horizontal, kann nun ein vertikales Sprühbild erzielt werden. Wird die Düse vertikal gestellt, erreicht man ein horizontales Sprühbild. Die zweite variable Dimension des Flexjet ist die Sprühstrahlintensität. An der Rückseite des Sprühkopfes befindet sich ein kleiner Hebel, mit dem die Sprühstrahlstärke stufenlos eingestellt werden kann. Somit kann punktgenau oder breitflächig gesprüht werden. Für jeden Bedarf und Zweck immer die richtige Lackmenge. Der Flexjet von Motip Dupli, die geniale Lösung für Sprühapplikationen wie mit einer Lackierpistole.